Ja, Freunde, ihr seht es, wir haben unseren ersten Kamp... Irgendwie vor, ich mach auch mal nen Kill. Ich mach auch mal nen Kill! Jetzt type! Niemals passiert, das hast du... Nein. Bruder, nee, es ist... Nein, es ist nicht grad so passiert. Ich kann auch mal einmal Schuhe machen. Äh, dann mach es, dann sind wir auch super. Reif, wie du typen. Wirklich, es ist ja... Einfach so vor der Folge kurz erwähnt, zum nächsten Jahr. Wollen wir dann ja nicht noch kurz capen? Peace, Leute! Herzlich willkommen! Zur, äh... Acht, sieben, siebten... Siebten Folge steht auch im Chat... Folge Titan mit Bastian! War voll schlau, hier eigentlich ein Schild hinzumachen, falls wir wirklich gesniped werden, ne? Kannst du mir die Enchanter-Pflicht aufstellen? War richtig schlau, sagst du? Wir brauchen noch Obsidian. Kannst du mir vielleicht sagen, mein Süßer, also hallo auch von mir, kannst du mir eventuell sagen, wie viel Obsidian wir brauchen? Ähm, wir brauchen zwei. Äh, ja. Ne, doch. Ja. Ne, viel. Mach mal vier. Ich weiß nicht. Mach einfach mal. Ja, also, ähm, wir haben, äh, etwas länger nicht aufgenommen, haben jetzt, ähm, dementsprechend heute die Möglichkeit... Ja. Können wir, wenn wir online schon haben, können wir da, wir könnten reintodisch heute drei aufnehmen, ne? Wenn wir die nächste jetzt heute... Deswegen kam auch, by the way, die sechste Folge ein bisschen später. Ja. Für alle, die, äh... Das, äh... Liegt, Babo? Ja. Schön, hast du gut erklärt. Ähm... Ich, äh... Boah, bei mir auch Kommentare, äh... Kommentare so, dicker, wie dumm. Du wolltest Bücher mit scharpenes Enchantestein schwer als Steinschild einfach. Na moin. Ähm, ich mach mal das hier noch. Ähm, haben wir irgendwie Kohle oder so? Kannst du irgendwie... Okay. Ähm, ja, ich leg hier alles rein. Weil Platzmangel gerade da. By the way auch, äh, Gruß geht draußen an die Leute, die gesagt haben, ich soll meinen Backpack hernehmen. Ist auch voll, by the way. Kannst du, äh, eventuell mir ein bisschen Holz geben? Ah ja, ich hab... Alles, äh, oder? Ja. Äh, hast du einen Netherwarzen? Äh, ja. Kannst du mal einen... Okay. Die Junge ist das grad... Ja, wir wollen auf jeden Fall ein bisschen unser Equipment machen, wie ihr sehen könnt. Ja, weil wir sind kurz vor, äh, Maximum Equip. Genau. Und, äh... Junge, einfach... Ich geb dir mal den Elm, weil ich bekomm gerade keine Enchant drauf. Boah, ich kann ja... Hast du noch, äh... Soll ich dir Prod 1 gehen oder willst du Prod 2? Mal, mal. Ja, du willst Prod 2 werden. Einfach gefühlt, einfach jeder enthalten aktuell OP-Equipment. Ja. Ja. Das beste Schwert. Und dann kommen wir. Jeder denkt eigentlich, dass wir... Momentan denkt halt echt jeder, dass wir ein echtes Scheiß-Stuff haben. Ja, denkt... Weil... Ja, das Ding ist, wir haben jetzt... Also, zum Stand der Folge haben wir gerade die sechste Folge nicht online. Das heißt, wir sind quasi nicht aktuell und das heißt, wir sind zum Stand von allen anderen gerade auf, äh, 2 Pieces Titan. Dementsprechend stehen wir aber jetzt hier mit Full-Titan. Aber ist, äh, ja. Oh, so gut erklärt. Ich weiß dann nicht. So, also ich mach mir jetzt ein Poison-Schwert, by the way. Ja, finde ich cool. Ach, Junge. Nein, aber, ähm... Aber war das jetzt von mir, dass ich dein Helm jetzt entcharte mit Prod 2? Nein, das ist dein Helm. Achso, lol, das ist meiner. Dann kann ich den mit Prod 2 entcharten. Ja, natürlich. Ja. Also, Fire-Spec jetzt aber auch schon so ein bisschen, äh, mehr als Mangelware, ne? Also... Äh... Aktuell bei mir. Hast du noch, äh, Lapis? Hab ich Lapis? Ne. Äh, ich hab dir mal was gedroppt. Ehrenmann. Bin ich halt. Wenn ihr das gehört habt, schreibt mal Hashtag Ehrenmann in die Kommentare. So, mal in die Kommentare, wenn ihr's auch grad richtig spannend findet, wie wir grad Steinschwendern haben. Soll ich, äh, Unbreaking 2 machen auf, äh... Glück, dass ich Prod krieg, oder soll ich was anderes entcharten? Sehr risky, muss ich sagen. Okay, dann... Würde's an deiner Stelle nicht machen. Äh, diesen Titanbow-Dings. Hast du den? Ja, den hab ich. Auf Power enchantet. Mmh... Willst du mit Bogen machen? Dann geb ich dir die Pfeile. Eigentlich... Könne ich gar nicht mit Bogen spielen. Ja, dann gib ihn mir. Okay. Dann bin ich der Abfucker. Ja. Dann ansonsten wollen wir noch nach oben gehen. Noch ein bisschen mehr, vielleicht Spinnenaugen oder irgendwas anderes halt. Vielleicht ne Karotte finden, damit wir halt auch, äh... Ja, was lasst du denn so blöd? Vielleicht ne Karotte finden? Oder was brauch ich denn jetzt 7 Level für den Helm? Ich brauch auch 6. Hm... Ja, aber ansonsten Full Titan! Ja! Sollen wir jetzt beide nen Titel schreiben? Dass die Leute auch wirklich wissen, dass wir Full Titan haben. Aber ich glaub, ich hab das Gefühl, Full Titan ist halt generell... Ja, das hat halt jeder jetzt, ne? Also ich weiß nicht, wer von euch bei uns generell, äh, damals Titan 3 verfolgt hatte. Ob ihr noch den Kampf gegen, äh, Rippix und Sinte vor Augen habt. Aber der Kampf damals ist eigentlich Paradebeispiel, wie die Kämpfe hier aussehen. Wenn man einfach ne... Guten Staff halt später hat und einfach dann Healing. Glaub mir, es gewinnt am Ende nicht mal zwingend der... Der besseren Staff an sich hat, sondern einfach, wer man Healing hat. Yes. Das ist... Das ist halt der... Retalk von Basti. GHG! Ey, ich mach nochmal Speedtränke, ne? Dann... Kann jeder 3 mitnehmen. Ey, lass bitte auch Inventare und so aussortieren. Ja, Alter, bitte. Ja, direkt die Inventare aussortieren. Also... Weckschmeißen! Ey, also Firespect, wie gesagt, hab ich jetzt immer noch nicht auf mein Schwert bekommen. Ich würde halt voll gerne einen Schub hier Firespect haben. Ich würde halt gerne noch zwei Level haben, damit ich, äh... Weißt du, by the way, aus dem Kopf, wie man dieses Ritual baut? Äh, nö. Korrekt, falls ich sterbe, äh, Gruß geht raus. Ja. Ich hab dich grad vom Creeper gerettet, was ist deine Meinung dazu? Hast du mich gerettet? Ich hab dich gerettet. Alter, so ehrenhaft, ich war richtig in Gefahr gerade, der hat mich grad fast gekillt. Zum Glück bin ich dein Teammate. So, ähm... Eigentlich, weißt du, was eigentlich ganz lustig wär? Was? Eigentlich könnte ich dich killen. Hä, wär ja übel lustig. Nein, aber dann könnte ich dich wiederbeleben. Dann krieg ich nicht nen Kopf, wenn ich dich kille, also... Ja, dann... Also, meinst du einfach für den Effekt jetzt? Ja, dann kann ich halt wiederbeleben. Wollen wir eigentlich mit dem Wither-Skyl mal probieren, einfach das Ritual zu machen? Nachher geht das mit denen. Lass es bitte einfach nicht machen. Dann haben wir einfach einen dritten Teammate. Ja, ich komm, scheiß auf. Ich hab Prott 1 jetzt gemacht. Auf Helm. Was hast du tun? Hä? Äh, haben wir nen Ambus? Hab ich den. Wahrscheinlich hab ich den. Ne, hast du den? Ne, ich hab... Ich kann ja einen machen. Hä? Hast du den nicht? Ich... Ich hab keinen, der ist kaputt gegangen. Achso. Äh, ja, nimm du dir mal die 3 Speed Potions da raus. Klar. Wenn du den Envel bitte benutzt. Und wenn du alle, äh... Hier, du kannst Federn haben. Viel Spaß damit. Ich wollt grad sagen, ja. Geben wir mal alle... Brauchst du noch Zucker? Brauchen wir noch Zucker für, ähm, Tränke? Ich hab jetzt 3 Speed Potions und du hast 3. Du brauchst halt wenig, ne? Aber... Was? 3 Speed Potions? Naja... Wenig. Die halten 3 Minuten. 9 Minuten durchlaufen. Sollen wir noch mehr machen? Ich kann noch mehr machen. Ja, wir können ja noch später welche machen. Das ist cool. Ah, ich hab ganz viel Kohle im Moment. Bitte mach ich jetzt noch welche. Jetzt bin ich sauer. Nein, wir gehen jetzt nach oben. Ich will jetzt nach oben. Retalk. Wir sind jetzt schon wieder, äh... 6 Minuten am Aufnehmen. Das geht nicht. Was? Ja. Das geht nicht. Oh, hier ist cool. Cool. Wir wollen nämlich noch Äpfel fahren. Ah ja, da war ja wirklich nur was. Zum Glück hat mich Bastian GRG darauf aufmerksam gemacht. Baust du dich eigentlich alleine hoch oder baue ich jetzt ohne dich eine Treppe? Ähm... Ich bin noch unten. Du hast da noch Fleisch am Brennen. Soll ich's da lassen oder...? Nimm mit bitte. Okay, mach ich. Ich mag mein Fleisch extra kalt. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe auch noch Gold. Nebenbei. Kannst du jetzt angeben? Mhm. Ah... Also du baust eine Treppe, ne? Ne, baue ich jetzt nicht mehr. Okay. Also echt nicht? Ne, baue ich wirklich nicht. Ehrenmann. Ja, ich guck nach Bäumen. Bist du schon oben? Nein. Aber gleich hoch. Ich lass den Ofen mal hier stehen. Ne, er baut sich wirklich auf einmal straight hoch. Ah, ich hab halt gedacht, dass du dich alleine hoch baust. Mhm. Wir haben halt ehrlich damit gerechnet, dass eventuell auch Leute uns hinterherjoinen. Weil die vielleicht denken, dass wir richtig scheiß da fahren. Aber... Ist nicht... Passiert. Wir können oben. Ähm... Ja, ich nicht. Ich bin aufm Weg... Juhu, wie viel Creeper bist du vorbeigerannt? Hast du gezählt? 2. Ja. Ich bin mittlerweile an 4 vorbei, glaube. Ja, moin. Wir droppen Zombie einfach ne Karotte. Ja, ähm... Ich hab grad gedacht, das ist mein glücklichster Tag meines Lebens. Erster Zombie, den ich kille. Einfach droppen, mir instant was zu essen. Aber... Ja, dann lass gleich nochmal den Ding anschmeißen. Was? Was kommt jetzt? Den Braustand. So. In der Kartoffel. Hä? Achso, hä? Ich dachte Karotte. Nein, Kartoffel. Achso, ja moin, ja dann. Beste Leben. Hör richtig zu, Mann. Entschuldigung. Ist nacht, oder wie? Ja. Ist nacht, ja. Äh, wo bist du hin? Lass mal Richtung spawnen, weil es sind echt viele. Oder wir könnten auch... Du weißt, wohin. Ja, aber das ist relativ weit. Aber könnten wir trotzdem machen. Dann lauf du vor, ich hab sie nicht mehr. Das ist direkt die Richtung hier. Na dann. Geh du vor. Aber da ist ne Wüste und da können wir kein Ding fahren. Kein Zombie. Ne, äh, keine Äpfel. Sollen wir da hinrennen? Aber ich glaub, da hinten kommt ein Wald. Ja, dann lass da machen. Vielleicht. So, da würde ja noch was kommen. Ich will ja nicht direkt hier fahren. Äh, ja. Hast du generell noch viel Fleisch? Ich hab... Ja, ja. Ich hab noch halben Stack, äh, Hühnchen. Mit Reis. Hühnchen mit Reis. Okay, Bruder. Jetzt gibt's Karotte. Nie im Leben. Wir müssen die dann aber auch anbauen, ne? Ja, hier ist der Spawn, by the way. Ja, wir... Ich hab Knochenmehl, glaube. Hoff ich. Mal gucken. Wann nicht, können wir auch noch Skeletti mitnehmen? Ähm... Ja, aber generell... Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass in dem Dorf, was wir... Bei Basti zockt damals bei unserem ersten Kampf. Ähm... Ja. Was machst du denn so? Ich weiß es nicht. Ja, ich hab auf jeden Fall fünf Knochen, also reicht. Ja, aber generell droppen eigentlich die Viecher auch gerade ganz gut level, ne? Ähm... Ja, falls du Pfeile hast, Bastian, nimmst du die bitte mit? Danke. Ja, gerne. Äh... Ist Zauberwald effektiv für, äh... Ja, also da kann's auf jeden Fall drauf werden. Mein Schildblock die ganze Zeit. Ja. Ich hab grad einfach alle Pfeile gedocht. Äh, ich hab ein Spinnenauge. Äh... Ja, also brauchen wir nicht. Ja, also ich soll mir nicht Spinn-Dings machen. Also, weiß ich nicht... Also, unser Plan war ja, du weißt welcher. Also, wir müssen jetzt hier nicht scrollen. Ja. Ja, also... Ich würd... Ich würd... Lass mal jetzt bitte hier Äpfel noch fahren. Geht das in den Zauberwald? Ja. Ja, dann lass mal. Denn wie du dies. Ähm... Aber ist halt ein bisschen, äh... Müselig. Also, ich würd halt vielleicht generell die... Kleine jetzt einfach nehmen. Warte, hier hinten, glaube, kommt ein normaler Wald. Ja, wie viele Mobs spawnen hier. Hm... Ja, hier ist halt kein normaler Wald. Ist halt echt Abfuck eigentlich. Ja, aber die Bäume sind normal. Also, die kleinen Bäume kannst du trotzdem nehmen. Also, wir können... Ja, das ist gar nicht so dumm. Lass einfach machen. Weil, du musst einfach nur die Holzblöcke aus der Krone... Hier, das ist dumm. Okay, ich sag nie wieder was. Aber es ist halt auch schon die Hälfte Gefühl abgefarmt. Hab Strings weggeworfen. Jeder wird mich flamen, weil wir noch einen falschen machen können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bastian, ich hab vielleicht auch Strings weggeworfen. Egal, aber jetzt Tempo, Tempo. Jetzt noch mal ein paar Äpfel. Jetzt noch mal ein paar... Wenn wir wirklich kämpfen. Wenn wir wirklich kämpfen. Äh... Ah, ich hab noch vier Strings. Ich hab wirklich... Scheiß mal auf Brot kurz. So Freunde, jetzt drückt mal... Jetzt schreibt alle mal Hashtag Glück in die Kommentare. Damit wir so schnell wie möglich hier viele Äpfel bekommen. Ach, wenn ihr's nicht schreibt, dann haben wir natürlich kein Glück. Nämlich hier auch ein Live-Event gerade, wenn ihr das jetzt schreibt. Lohnt sich das hier, die am Wasser abzubauen? Das ist genau gleich, ne? Wahrscheinlich. Ja. Alles gleich. Nur man baut einen Sumpf ganz gerne ab. Weil dort halt mehr... Äh... Mehr Blätter, mehr Krone sind. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Äpfel halt droppen, wahrscheinlicher. Ah ja. Weil halt mehr Blätter kaputt gehen. How to Minecraft mit Bastion. Ja. Ja, aber das ist wirklich kein Nachteil, ne? Aber warum auch? Die sind nicht, also... Ja, weil... Wir waren halt nicht aktuell. Ja, aber... Digga... Ja. Genau. Man hätt... Eventuell wär... Also wenn... Ich hätt mich nicht gewundert... Wenn es dazu gekommen wäre. Ja, aber da gibt's aktuell leckere Migos. Oh, direkt zwei Äpfel hier gedroppt. Oh mein Gott. Danke, dass ihr Luck in die Kommentare schreibt, Leute. Ohne euch wär das nicht möglich gewesen. Ja, das war real so. Ähm, ich schlag mal hier noch kurz, äh, ein Lager auf. Weil ich sag dir generell, dass ich glaube, dass es gar nicht so viel Sinn macht, so viele Dia Äpfel zu machen. Ne, ne, aber ein paar auf jeden Fall. Wird... Wird halt zwei, drei, max. Und dann aber... Ja, ja, dass wir halt für die nächsten Kämpfe welche haben. Also ich würde halt ein Dia Äpfel generell... Immer vor... Ja, ja. Also, ja. Programm benutzen. Ich hab mir jetzt mal kurz einen zweiten Dia Äpfel gemacht. Ja. Download, erlaube ich dir. Ich mach dir auch mal noch einen. Fehler. Und danach würde ich jetzt erstmal nur Gaps haben. Ich würde ganz gerne so vielleicht zehn Gaps oder so. Äh, ja. Also, ich hab dir nochmal Gold reingeporkt. Ich... Gold haben wir genug. Ja, okay, sorry, ich werf weg. Ne, aber ich mein, äh, ne? Falls du dachtest, ich kann nicht craften. Ne, aber ich hab noch was im Impf gehabt, deswegen hab ich gedacht, ich bin nett. Achso. So einer. Wir werden zwei Minuten gekickt. Hm, ich hab hier noch ein Dia Äpfel für dich. Gleich. Ja, du kannst ja mal aus den Äpfel schonmal was machen. Äh, welche Äpfel? Da die liegen. Wo liegen? Also, irgendwo bei dir liegen Äpfel. Ich hab dir drei Stücke gejoggt. Ich hab keine. Ah, wo? Ich hab für dich doch keine, ich schwöre. Wo hast du sie hingeworfen? Rollst du? Hier. Junge, die liegen da irgendwo unten im Wasser, hä? Sind die halt auch runtergeplumpst und runtergerollt, weil du sie nicht direkt gefangen hast. Achso, mhm. Jetzt hab ich's gesagt, jetzt tut mir leid, aber ich nehm's nicht zurück. Ich laufe aber noch mal kurz ein paar Runden und guck wegen Äpfel. Ich bin grad in der Runde gelaufen. Also. Mhm, deswegen liegen hier zwei. Ich sag nie wieder was. Ich werd in einer Minute gekickt, Fabo. Ich auch, schnell zurück. Ich hab Angst. Weil generell hier mit Firespeck zu kämpfen sowieso, ne? Generell hier in dem Video zu kämpfen. Ja, also hier sowieso, äh. Hast du noch Äpfel? Ne, leider nicht. Okay, komm mal hierher. Hallo. Äh, hier. Wie viele Goldäpfel hast du? Drei. Jetzt hab ich vier. Oh, hier liegen noch ein paar Äpfel. Jetzt ernsthaft? Ja. Geiler Typ. Mh, Diarofen abbauen. Ja, schlau. Mhm. Hast du, oder? Also wär eigentlich egal, weil, ne? Du weißt, aber. Noch ein Apfel? Oh mein Gott, vier Äpfel. Hast du? Ja. Ich hab fünf insgesamt jetzt. Äh, warte. Ich mach mir selber noch mal. Oder, ja, hier. Nimm du den Apfel. Du nimmst ihn. Ja, bau du hier oben ab. Ich hab neun Gaps jetzt. Wir haben alles, oder? Ja. 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 Ich hab zwei. Ja, 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 ja. Hä, wo bist du hin? Bastian! Ja, 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 ja. Ja, gut, Leute. Wer uns die Folge gefallen hat, äh, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen. Und nächste Folge geht's richtig los! Juhu! Juhu! Also Peace! Ciao!